Russland bis China. Interessant ist ja eigentlich, dass Donald Trump derjenige gewesen ist, der immer auf dieses Establishment, auf Washington immer geschimpft hat. Und jetzt ist er eigentlich selbst Teil von diesem Machtzentrum und er muss jetzt praktisch mit dem Kongress, den er ja auch sozusagen immer als verhasst dargestellt hat, muss jetzt gucken, wie er auch damit klarkommt. Also er muss jetzt praktisch dann eben auch irgendwann liefern und mit den Leuten dort auch reden. Gestern gab es für ihn schon eine erste Amtshandlung. Er hat die britische Premierministerin nach Washington eingeladen. Und in der Tat gibt es jetzt erste sozusagen Namen, die aufgetaucht sind. Und es ist vor allem erst mal Mike Pence. Das ist ja sein Vize, der ist gesetzt quasi. Dann hört man immer wieder, dass seine Tochter, dass die eine große Rolle spielen wird. Und dann sind es Männer und Frauen, die ihn wirklich auch im Wahlkampf praktisch ganz nah zur Seite gestanden haben, denen er vertraut. Und das ist jetzt so ein bisschen so, man hat den Eindruck, dass die auch belohnt werden. Da ist Giuliani, der frühere Bürgermeister von New York, der soll Justizminister werden. Da ist Chris Christie, wird genannt, der Gouverneur von New Jersey. Der wird gehandelt als Handelsminister. Und ja, man muss letzten Endes sagen, das sind alles irgendwie Falken. Und man muss jetzt abwarten und gucken, wie konservativ eigentlich diese Regierung dann unter Donald Trump wird. Vielen Dank, Thomas Gill nach Washington. Also in zehn Wochen zieht dann Donald Trump ins Weiße Haus ein. Und er macht jetzt so eine Art Crashkurs für das wichtigste Amt der Welt. Jetzt geht es weiter mit Jane. Wie kann man so etwas Schreckliches wie den Anschlag von Terroristen auf das Konzerthaus Bataclan verarbeiten? Fred de Wilde hat es mit dem Zeichnen eines Comics versucht. Insgesamt 130 Menschen hatten Islamisten vor knapp einem Jahr am 13. November 2015 in Paris in Bars, Restaurants und in Bataclan getötet. Es war das bislang schwerste Attentat in Frankreich. De Wilde hat überlebt. Susanne Freitag hat den Zeichner getroffen. Ein Gesicht hat er den Terroristen nicht geben wollen, weil sie für ihn keine Menschen sind. Vier Skelette schießen in die Menge. Um das Blutbad im Bataclan zu verarbeiten, musste er es malen. Fast zwei Stunden hat Fred de Wilde sich auf dem Boden totgestellt, damit er nicht erschossen wird. Er will nicht erkannt werden, aus Rücksicht auf seine Familie. Als ich den Comic zu Ende gemalt hatte, erschien mir das Bataclan so weit weg, ich hatte das Gefühl, dass mehrere Jahrzehnte vergangen sind. Und jetzt? Ein Jahr. Nur ein Jahr. Es war noch nie so nah, so als ob es gestern passiert wäre. Feiern wollten sie, ein paar Freunde, Rockfans. Sie hatten Karten für das Konzert der Eagles of Death Metal. Am 13. November war es ausverkauft. Dann begann das Massaker. Vier Terroristen schießen mit Kalaschnikows erst gezielt, dann wahllos in die Menge. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie der Tote aussah, den ich zuerst gesehen habe. Er hat mir bewusst gemacht, dass das alles real ist. Ich erinnere mich sehr gut an seine Augen, an sein Aussehen. Aber ich würde ihn nicht mehr erkennen. Das ist sehr verstörend. Sich bewusst zu werden, dass da Leute direkt neben mir getötet wurden und dass ich das erst nicht verstanden habe, Das ist alles so entsetzlich. Alles. Über drei Stunden dauerte der Albtraum. 89 Tote allein im Bataclan. Aber es war nicht das einzige Attentat an diesem Abend. Mehrere islamistische Terrorkommandos schlugen fast zeitgleich an sechs Orten zu. Am vollbesetzten Stade de France sprengten sich Selbstmordattentäter in die Luft, und in mehreren Restaurants und Kneipen in Paris schossen sie wahllos in die Menge. 130 Menschen sterben. Tagelang hat dieses Bild danach vor dem Bataclan gelegen, die Ränder beschädigt von den vielen Kerzen und vom Regen. Jetzt ist es im Archiv von Paris, wie über 7000 andere Dokumente. Die Trauer gehört zur Stadtgeschichte. Das Bataclan wurde renoviert. Morgen ist der Öffnung mit einem Sting-Konzert. Fred de Wilde wird nicht hingehen. Es sind dunkle, geschlossene Räume. Die Tatsache, dass man dort nicht einfach rauskommt, das geht noch nicht. Im Moment kann er das Bataclan nur zeichnen. Das Trauma des 13. November ist immer noch da. Am 11. November 1918, da erlangte Polen nach dem Ende des Ersten Weltkrieges Eigenständigkeit und Unabhängigkeit zurück, also exakt vor 98 Jahren. Und dieser heutige 11. November, der ist seitdem ein Nationalfeiertag in Polen. Feiert also heute seinen Nationalfeiertag, das Land. Das war mal ein fröhliches, das war mal ein buntes Fest, aber seit ein paar Jahren ist der Tag geprägt von Aufmärschen nationalistischer Kräfte. Wir wollen Nathalie Steger in Warschau fragen, was ist da heute zu erwarten auf den Straßen in Polen? Nun, zunächst wird es mal ein Tag des Nationalstolzes. Beata Schittwo, die Premierministerin, hat heute Nacht noch mal getwittert, Polen schützen ist eine Pflicht, auf Polen stolz sein eine Freude. Aber Sie haben es gesagt, es wird auch ein Tag der Demonstrationen in Warschau. Allein drei sehr große, zum einen Kott wird aufziehen, das ist ein neu gegründetes Bürgerkomitee gegen die aktuelle national-konservative Regierung. Da wehrt man sich, wie man sagt, gegen die Diktatur von oben. Die Antifaschisten werden aufziehen und vor allem die Nationalisten, da sind auch sehr viele Radikale drunter. Sie haben in den vergangenen Jahren immer wieder für Randale gesorgt. 70.000 Menschen, 70.000 Nationalisten waren letztes Jahr auf der Straße und da blieb es zum ersten Mal erstaunlich ruhig. Eigentlich wenden die sich ja gegen ein weltoffenes, modernes Polen. Letztes Jahr blieb es ruhig. Das könnte man vielleicht auch damit erklären, dass da gerade die neue national-konservative Regierung gewählt wurde und mit der ist man offenbar nicht ganz so unzufrieden. Also schwer zu sagen, was da heute passiert. Es reichen ja ein paar Krawallmacher. Das war's.